hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu minecraft texted wir haben in der letzten folge alles vorbereitet für den umzug kabel sind drin alles pipapo aber ich habe gedacht bevor wir umziehen digitalisieren wir alles bedeutet mehr festplatten und in diesem fall keine 1k ich würde sagen 10k das wäre schon praktisch wenn wir ein bisschen geupgradet sind deswegen müssen wir jetzt mal auf applied energy sticks wechseln so applied energy sticks festplatte 1k 4k 4k das hört sich super an a4k teil das ist auch die mitte reiner zertes quartz kristall ja ich nehme mal hier so vier stück vielleicht sollte man auch mal kurz suchen gehen die irgendwie finden mal in den grinder hier kurz rein unser dach ist ja auch noch nicht fertig war da mal oh shit oh shit ich habe vergessen dass wir noch kein dach haben haben wir noch irgendwo koppels da unten was ich hab den ganzen koppel verbraucht das ist jetzt natürlich das glas habe ich auch vergessen zu machen ich bin genius naja ist ja wurscht wir werden eh noch nicht diese volks umziehen die tippt die tippt die tippt die tippt die tippt die tippt die einmal regenerieren winter aktuell gar nichts drin oder nee alles mehr 800 bahn kapazität hattest der teil leg omi 800 bahn ist viel können doch komm los brennen bist du durch das ist ja quasi nix das ist ja nichts das ist ja absolut gar nichts wo ein Sand oder war das nicht Sand und Ding aber gucken mal da haben wir hier gleich vor Ort den besten Sand der Welt vom Ostufer ist das euch diese Quarantänezeit die geht mir so auf den Sack ich freue mich wenn alles wieder aufmacht und man sich mal wieder auf ein schönes Bierchen oder sowas treffen kann und alles wieder sich so ein bisschen normalisiert ist immer in Österreich mittlerweile schon so dass wir jetzt bald hier alles ein bisschen ruhiger haben beziehungsweise wir alles ein bisschen zu hoch fahren also es ist schon viel oben aber noch ein bisschen mehr und darauf ich kann es euch sagen da freue ich mich so richtig weil ich endlich wieder mit Freunden treffen kann oder hoffentlich beziehungsweise mal wieder was vielleicht trinken kann zwar nur bis 23 Uhr gleich war es aber immerhin etwas man muss das immer positiv sehen der Dreck geht wieder zu langsam und ich werde ich habe gleich kein Wasser mehr können wir mal schauen was wir haben oh scheiße ich werde nicht mal bestimmt genügend Sprachzentrum wurde erwischt wir wiederholen Sprachzentrum wurde kritisch erwischt das Wasser hat einen Schaden SOS das Wasser hat einen Schaden wir haben Wasserrohrbruch Leidl das ist nicht gut so noch zwei Einmalchen das sollte dann passen für den Anfang denke ich schon mal ey aber wenn die Hütte hier abgerissen wird auch da haben wir so ein schönes Ufer so ein schönes Ufer ja das reicht doch ich muss niesen ich will aber nicht niesen Redstone aktivieren Konfiguration RF das ist so viel wie es braucht im ersten Keim haben wir auch gleich müssen wir erstmal schauen was brauchen wir nochmal ich habe jetzt nicht grad eventuell nicht so ganz aufgepasst für so ein 4K das sind 4K Speichermodul ich brauche eine 4K Speicherkarte da war da 4K das braucht so ein ME Speichergehäuse und das braucht Quartz habe ich noch was von dem bitte sag ich habe von dem noch was eins ich habe noch ein NeverQuartz wir gucken jetzt mal schnell ob wir Quarzkristalle irgendwo haben das gibt es hier gar nicht dass hier so wenig ist na da wir die Höhlen hier in der Nähe sicher alle ausgenommen haben oder bestimmt laufen wir mal gern Wildenies Shadgen Fluchzeuge oder ein Heli Hopper ein Heli Hopper Maju Vogel was ist das mit Chop 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 Chopper scheiß drauf ähm Cheetah Chopper Feder boing 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 komm ein bisschen Sertes Quartz das wäre schön das wäre lieb das wäre nett ich will nur das Sertes Quartz und komischer Creeper ist da auch noch ich habe hier noch so schöne Bruchschläge wir machen hier einen Bunker dass ich das hier in Ruhe abbauen kann ich bräuchte einen mit Glück damit ich da mehr rauskriege das gleich wäre das ideale ich glaube ich jetzt rausbekommen na ein bisschen was nicht viel aber hat meine Boots schon wieder nicht an doch habe ich aber warum gehen die ja nicht ich jump wieder nur eins das ist ganz krumm warum gehen meine Boots nicht Boots bootet Boots 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 Bootet mal das System ne nix interessantes auf die Schnelle ich habe am Anfang gedacht wir brauchen davon nicht so viel aber wir brauchen eine tonnenweise von diesem Sertes Quartz das ist ja grausam grausam ist das schau mal da vorne vielleicht ist da noch was ich habe doch sicher schon voll viel geblündert oder ich kann mich absolut nicht erinnern was heißt das Diamonds I found literary wie das Diamonds ich habe gleich mal schon mehr Diamanten in meinem Leben gefunden oder in diesem Sertes Quartz als fucking Sertes Quartz das ist wieder Eisen Eisen ist auch immer wieder wichtig ne hier ist ja tonnenweise Eisen ich brauche Sertes Quartz ok fuck it einmal schnell rum ich habe kein Notfallbett das ist eine scheißidee ohne Notfallbett ich will in der Nacht nicht hochgejagt werden das ist so meine Sache ich will nicht bumm gehen nun kann ich mal anders gehen beziehungsweise wenn ich meine ersten Waffen entwickelt habe die härter sind die als System ich auch aktuell habe so eine Obsidian Rüstung oder so dann wäre schon was Feines können wir eben in unserem Tunnel anschauen wie der ausschaut aktuell vielleicht hat der ja was auf Larger das könnte sein vielleicht hat der links ist irgendwie was ausgebuddelt hör mich an wie ein Villager ich weiß nicht wie sie die Geräusche gemacht haben sie haben versucht irgendwas zu finden und haben es nicht gefunden ich finde es geil dass diese Hitpoint Indicators auch unter Wasser also unter der Erde bis nach oben wo man es dann gesehen ist und scheiße das ist ja unser Rüstung noch nicht funktioniert ich werde das Wasser jetzt schon wieder aus oder sowas von safe jo war klar aber tun jetzt mal die die ich gefunden habe pulverisieren schaust drauf ja ich habe einen Cobblestone gefunden ich habe Cobblestone ich habe Cobblestone 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 aber beide schauen gut aus das heißt man weiße dass da Platz ist aber der ganze Steinweg ist hoch könnte ich gewesen sein bin ich aber sicher nicht gewesen eine Marsklasse drin aber ich nehme mal das so das Quarzglas hier raus Feuerwerk das macht doch sicher nichts also im Umkreis tut das auch noch weh oder was das ist gut zu wissen halt echt mal ne da wird ja gar nichts schmelzen können ich muss dieses Teil irgendwie in LED kriegen das Teil ist ja gerade wurscht so holy moly wo ist das chicken der ist voll der ist voll aber mal die Cain hier der Unterschied ist ja zu vorher jetzt haben wir unendlich Lava das ist ja nicht so als ob wir keine Lava mehr hätten hier haben wir tonnenweise Lava das ist fucking scheißegal jetzt ist es leer jetzt können wir uns Wasserinos holen ich glaube der ist voll und jetzt fügen wir das oben unserem System zu easy dann sollte der fürs nächste jetzt für die nächste Zeit hoffentlich genug was haben oder also wenn nicht dann wäre ich jetzt irgendwie schon ein bisschen negativ erstaunt dass der so viel braucht nein nix Lava sagen wir nicht dass der das oben noch nicht annimmt doch nimmt er geil der ist auch aktuell voll mit 10.000 Buckets aber weißt du was dann nehmen wir den einmal kurz noch mit und füllen den nochmal voll auf damit er wirklich eine Zeit hält später muss ich irgendwie schauen dass ich vielleicht eine Pumpe anschließt an das System und dann eine unendliche Wasserquelle oder ins Meer rein dass das halt funktioniert das wir halt wirklich die ganze Zeit so viel Wasser haben wie wir auch brauchen und alle Sachen mit Wasser auch betrieben werden können die Wasser brauchen dann können wir die Teile hier natürlich auch easy peasy betreiben so nehmen wir noch 10.000 Wasser drin dann haben wir drei von den Teilen hier so jetzt ist Quartz Powder haben wir auch so wo sind diese 4K Teile da Redstone und ein 4K Teile Quartz Glas machen wir mit aber ich mach Glas hab ich 4 Glas ja ich hab doch oh geil ich hab sogar noch das Glas auf Lager nice und Quartz Glas perfekt perfekt sag ich da nur und meine 4K Zelle und das 4K Modul braucht 3 1K Teile oh Gott das Wellen macht es doch noch komplizierter ja nee ist klar so also 4K dann machen wir hier was braucht das hier ein Kalkulationsdruck das ist ja hier irgendwo auf dem Rad oder 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 ich hab die schon in die Maschinen gepackt alles gucken wir hier äh Kalkulationsdruck ich brauche nur einen einfach mal was machen wir noch alles 4K 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 was ist das kleinste das ist ein Fluid Container Raumspeicherzellen wat ähm gedruckte Silizium gedrucktes Silizium dann Kavur Siliziumdruck Kavur Siliziumdruck logikdruck und Kalkulationsdruck logikdruck und den Siliziumdruck würde ich sagen brauchen wir wie wenn das bitte das ablegen das ablegen das ablegen einmal könnte ich mal zusammenfassen die Kabel können mal währenddessen weg die wird auch währenddessen weg so for you Redstone ah da habe ich ihn auch auf Lager so und einmal ein Sirtisquartz auch noch ach Gott das wird grausam eh schon krumm dass das nicht alles Reitungen hat so hier ist ne hier ist Lepresse Lepresse braucht ach Silizium scheiße den Dreck brauchen wir ja auch noch warte mal Silizium Silizium wird gemacht aus ach so das ist stopp haben wir noch 4 auf Lager oder 4 Silizium das ist ja schon mal etwas man hört dass ich glaube ich genervt bin allein schon davon dass es so ist oh aber Leute wir müssen diese Folge beenden ich hoffe es gefallen wenn ihr ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder also bis dann ciao und wir sehen uns und wiedersehen und wiedersehen wenn wir sehen und wir sehen das nicht Vielen Dank.